Step & Coin auf Binance kaufen. In den nächsten Minuten erfährst du, wie du dich auf Binance registrierst und ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du den Step & Coin bei Binance kaufen sowie verkaufen kannst. Starten wir mit dem Registrierungsprozess und hierfür empfehle ich dir unseren Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung zu nutzen, denn mit einem Klick auf diesen Link gelangst du nicht nur auf die Registrierungsseite, sondern du unterstützt auch unseren Kanal, dir weiterhin kostenfreien Content zur Verfügung stellen zu können. Als erstes gibst du deine E-Mail-Adresse ein und legst ein Kennwort an. Du bestätigst diese beiden Punkte mit einem Haken und klickst danach auf Create Account. Du bekommst anschließend eine Bestätigungs-E-Mail in deinem E-Mail-Postfach. Da drückst du einmal auf den Link und kannst dich anschließend bei Binance auf dem Dashboard mit deiner E-Mail-Adresse und dem hinterlegten Kennwort anmelden. Du gelangst auf das Dashboard und du klickst anschließend auf dein Profil. Das ist hier und dann gibt es hier den Punkt Identification. Hier musst du dann nochmal deine persönlichen Daten hinterlegen und eine sogenannte KYC durchführen. Das bedeutet, du hältst dein Ausweisdokument bereit und lädst das Ganze einmal hoch. Binance prüft dann die Daten und sobald die Daten in Ordnung sind mit deinen Angaben, die du gemacht hast, bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail, dass du vollständig bei Binance registriert bist. Und das siehst du dann auch oben, wenn du hier drauf guckst, dann hast du hier einen grünen Haken und hier steht Verified. Das heißt, du bist dann vollständig verifiziert. Nun können wir damit beginnen, die erste Einzahlung zu tätigen und wir beginnen wieder auf dem Dashboard von Binance. Du klickst oben auf Wallet und findest dann hier den Punkt Fiat & Spot Deposit & Withdraw. Da klickst du einmal drauf und gelangst dann auf eine Übersichtsseite, wo du auf der linken Seite nochmal den Punkt Fiat & Spot findest. Da klickst du auch drauf und dann findest du so eine Seite, wo oben rechts Deposit steht. Das ist ein gelber Button. Einmal draufdrücken und du gelangst auf eine weitere Seite, wo wir jetzt die Währung auswählen können, die wir einzahlen möchten, in dem Fall zum Beispiel Euro. Du kannst aber auch andere Währungen auswählen. Außerdem legst du fest, wie du die Einzahlung tätigen möchtest. Das heißt, du kannst sagen, du möchtest das Ganze mit einem Banktransfer tätigen, der circa ein bis drei Werktage benötigt. Oder du sagst, du willst das Ganze mit einer Kreditkarte tätigen, wie zum Beispiel einer Visa oder Mastercard. Hier bezahlst du aktuell aber 1,8% Transaktionsgebühren. Das heißt, von der Summe, die du einzahlen möchtest, bezahlst du 1,8% Gebühren. Der Vorteil ist hier natürlich, dass die Einzahlung dann direkt auf dem Konto gutgeschrieben worden ist und nicht ein bis drei Werktage dauert. Wir nehmen jetzt als Beispiel mal den Banktransfer. Das bedeutet, ja, ich möchte das Ganze mit einem SEPA-Mandat machen. Und nun kannst du dann dementsprechend die Höhe auswählen, die du einzahlen möchtest. Zum Beispiel 100 Euro möchte ich jetzt dementsprechend einzahlen. 1 Euro kostet das Ganze an Gebühren. Das heißt, 99 Euro werden dann mir gutgeschrieben. Ich klicke dann hier auf Bestätigung und sehe dann jetzt hier die Einzahlungsdetails, wohin ich das dann sende. Das heißt, jetzt gehst du in dein Online-Banking rein und gibst dann den Namen und die IBAN-Nummer ein, sowie die Referenz dann dementsprechend. Die ist ganz wichtig, dass du die eingibst und den Betrag von 100 Euro, damit die am Ende dann 99 Euro in deine Wallet gutgeschrieben werden. Das Ganze, wie gesagt, dauert dann circa ein bis zwei Tage und du bekommst eine E-Mail-Bestätigung, sobald dann die 100 Euro angekommen sind und dein Guthaben dann gutgeschrieben wurden. Nachdem nun die Einzahlung gutgeschrieben worden ist und du dafür eine E-Mail-Bestätigung erhalten hast, können wir damit beginnen, Step & Coin zu kaufen. Hierfür beginnen wir wieder auf dem Dashboard und du gehst als erstes wieder auf Fiat & Spot und gelangst auf diese Seite hier und wir können jetzt über die Suchleiste GMT suchen. GMT ist der Coin bzw. der Token zu steppen. Das heißt, du gibst jetzt hier GMT ein und findest dann hier auch schon den Green Metaverse Token und siehst den Button Buy. Also kaufen, einmal draufklicken, du gelangst wieder auf eine neue Seite. Du siehst hier den aktuellen GMT-Preis, also was kostet aktuell ein GMT? In dem Fall aktuell 89 Euro Cent. Ich kann jetzt sagen, wie viel Euro möchte ich da einsetzen? Zum Beispiel 50 Euro. Minimum sind jetzt hier als Beispiel 20 Euro. Das ist das Minimum, was ich einsetzen muss. Darunter kann ich jetzt kein GMT kaufen. Ich nehme jetzt als Beispiel mal 50 Euro und würde dafür 56,289 GMT bekommen. Ich klicke auf Bestätigen. Hier wird oben dann nochmal mein Spend angezeigt, die 50 Euro. Und ich kann jetzt nochmal auswählen, welche Zahlungsmethode ich nutzen möchte. Du hast dir in dem Fall schon Geld einbezahlt bei Binance, zum Beispiel 100 Euro. Das bedeutet, du kannst jetzt hier auf Cash Balance gehen und über dein Guthaben bei Binance kaufen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte meine Visa oder Mastercard belasten. Hier bitte nochmal die Info, dass du hier 1,8% Gebühren bezahlst, wenn du das Ganze per Visa oder Mastercard machst. Deswegen empfehle ich dir immer, am Anfang Geld einzubezahlen bei Binance. Dafür bezahlst du aktuell nur 1 Euro Gebühren und kannst dann hier Cash Balance auswählen. Du gibst dann nochmal die Bestätigung ein und dann kannst du auch den Kauf schon bestätigen. Wenn du das Ganze wieder verkaufen möchtest, da gehe ich wieder ein bisschen zurück und zeige dir, wie du dann wieder das Ganze verkaufen kannst. Wir gehen wieder auf das Dashboard von Binance und klicken dann wieder in die Wallet rein, auf den Spot Market. Das bedeutet, du siehst dann gleich die Seite, Fiat & Spot. Und du kannst dann hier wieder gleich den GMT-Token suchen. GMT, das mache ich jetzt mal. und du klickst dann auf Sell, also auf Verkauf. Du gehst wieder auf die Seite, die du schon kennst von dem Kauf und siehst jetzt hier dann, wie viel möchtest du verkaufen. Das heißt, du gibst jetzt hier in dem Fall die Anzahl ein, die du verkaufen möchtest. Und genau. Erstmal wählen wir natürlich dann dementsprechend den Token hier aus, zum Beispiel jetzt dann GMT. Gebe ich hier ein, den Green Metaverse Token, den gibst du jetzt hier ein. Aktuell, ich habe jetzt hier 0 drin und du wählst die Währung aus, die du haben möchtest. Zum Beispiel gibst du jetzt, wenn du genug hättest, 50 GMT ein. Das bedeutet, du würdest dann 44,50 Euro aktuell dann an Euro wieder zurückbekommen. Klickst auf Bestätigen. Dann hast du nochmal eine Übersichtseite, die bestätigst du auch nochmal und schon ist der Verkauf erledigt. Und diese 44,50 Euro werden dir in deine Wallet bei Binance wieder gutgeschrieben. Zu guter Letzt empfehle ich dir, einmal auf unserer Webseite vorbeizuschauen. Unter anderem findest du ja nochmal in schriftlicher Form, wie du den Step & Coin kaufen kannst mit PayPal, Kreditkarte und Überweisung. Außerdem findest du auf unserer Webseite den großen Kryptobörsenvergleich, den ich dir sehr ans Herz lege, dir den mal anzuschauen. Also du siehst, es lohnt sich, auf unserer Webseite vorbeizuschauen. Den Link zur Seite, den findest du unten in der Videobeschreibung. Also du siehst, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!